und hier wird ein herzliches willkommen zurück wir waren ja schon einmal gestern in dieser runde da ein wunderschönes einen wunderschönen guten nachmittag micha und einen wunderschönen guten nachmittag hauke ja hallo hallo ja wir haben uns wieder in einem talk versammelt und zwar snap flat pack und app image werden sie die alten formate vielleicht mal sogar vollständig setzen ich habe da verschiedene beispiele mitgebracht und ich würde sagen diskutieren wir erst mal so ein bisschen das thema das thema ist natürlich auch gedacht damit dass ihr dazu diskutiert das heißt schreibt jetzt gerne eure meinungen und kommentare in die jeweiligen chats auf twitch youtube und tux tage.de natürlich und schreibt doch einfach mal welches euer lieblingsformat ist für programm ist ist es vielleicht schon flat pack ist es snap ist es app image ist es die ganze das ganz normale deb format also für debian was man mit apt macht oder rpm beispielsweise oder etwas in der richtung von der arch welt dann schreibt das gerne jetzt einfach mal in den chat was ist und was sind eure lieblings formate in anführungszeichen und ich würde mal sagen gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz kleinen abriss was jeweils die formate sind wollen wir sagen dass jeder eins von uns auspickt und das ganz kurz erklärt es in der minute natürlich machen du kannst ja anfangen was ist dein lieblingsformat bist du bei snap ja ich bin ein riesen snap fan ich mache einfach mal snap also snap ist am ende muss ich nicht machen genau snap ist am ende ein paketformat was dazu gedacht ist dass es auf jeder linux distribution erst mal laufen soll das schöne ist dass es in der hinsicht alles systembibliotheken mit sich bringt das heißt alles was eine anwendung braucht in diesem snap format wenn die in diesem snap format ist bringt sie automatisch das heißt wir haben relativ hohe speicherplatz verbrauch weil beispielsweise wenn du verschiedene snaps installiert dann auch diese snaps ich sag mal genau die gleiche was wollte ich sagen genau die gleichen abhängigkeiten beispielsweise mitbringen also wenn du zweimal beispielsweise eine sound bibliothek verwendest kann das sein dass du dass die auch genau zwei mal tatsächlich auch runtergeladen werden muss nicht immer manchmal hat das nepp auch schon so abhängigkeiten von sich aus aber da kommt dann doch noch viel noch mal doppelt aber das schöne ist dafür läuft es auf jedem system und der herausgeber von snap ist einmal canonical das ist die firma hinter ubuntu und die promoten ihr snap auf jeden fall sehr auf ubuntu beispielsweise der firefox läuft auch schon standardmäßig auf ubuntu unter snap andersrum auf snap unter ubuntu so sagen wir es und ja ubuntu bewirbt das schon sehr und ich habe auch schon eben die sehr provokante nachricht gelesen ja ubuntu wird auf jeden fall snap ich sag mal als standard implementieren und apt langfristig ablösen sagt auf jeden fall ein zuschauer von uns das wäre es zu snap dann wisst ihr ungefähr was das ist und dann könnt ihr euch beide aussuchen wer was macht flatpak oder app image da können wir jetzt knobeln wer möchte anfangen du ich für den vortritt lassen dann nehme ich einfach mal ab image ab image ist mehr oder weniger ein komprimiertes datei system wo anwendungen drin installiert sind ab image bringt einige abhängigkeiten mit aber läuft also ich habe relativ gute erfahrungen damit gemacht also unter debian und ubuntu funktionieren die app images die ich ausprobiert habe bis jetzt ganz gut da habe ich keine nachteile beigesehn ich weiß jetzt nicht wie es auf anderen distributionen funktioniert also für mich hat es funktioniert vor ein nachteil dabei ist dass app image läuft im ganz normalen benutzer kontext also dass keine sendbox drum das hat den vorteil dass ich auch wirklich auf alle dateien zugreifen kann dass ich auf system schriftarten zugreifen kann dass ich keine probleme mit druckern oder sonst irgendwas habe das einfach in meinem normalen kontext ausgeführt wird funktioniert alles was ich mit einer lokal installierten anwendung eben auch machen könnte darüber auch das finde ich ist der große vorteil dabei und andererseits kann es natürlich auch nachteil sein wenn ihr der anwendung sowieso nicht über den weg traut solltet ihr sie nicht installieren egal in welchem paketformat ja genau kommen wir zu flatpack ist ja dann noch offen flatpack ist wie snap eine desktop container anwendungslösung ich weiß gar nicht ob das so betitelt hast du schon die anwendung läuft in seiner eigenen umgebung mit seinen eigenen abhängigkeiten und sowohl bei snap als auch bei flatpack kann man dem rechte geben und rechte entziehen diese dafür brauchen was der vorteil ist und flatpack ist quasi die freie implementierung von snap absolut ne also ist sozusagen wenn wenn man zwischen snap und flatpack linux sind feier und und microsoft windows verteilen müssten wäre flatpack das linux und snap das microsoft so ein bisschen vielleicht der vergleich hinkt natürlich an vielen stellen aber ungefähr so vom vom von der philosophie her vielleicht so wie auch canonical snap durchdrücken möchte wird snap snap häufig verschiedenen nutzern als sehr aufdränglich ich sag mal interpretiert vor allen dingen weil halt eben ubuntu sagt okay gut wenn ihr jetzt firefox auf ubuntu nutzen wollt dann habt ihr eigentlich erstmal einfach nur die die möglichkeit das ganze als snap zu nutzen ist tatsächlich ein bisschen schade wie sie das versuchen durchzuboxen ich finde vielleicht langfristig würde sich snap auch so durchsetzen wenn man sagt okay gut wir halten das ein bisschen frei dann wäre vielleicht flatpack auch nie so stark geworden ja also wir haben euch ja mal gefragt was eure euer liebling ist also es kommt hier ganz 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 häufig deb vor allen dingen app image flat und deb deb snaps sagt auch jemand genau auch cool deb flat pack und so also die meisten tendieren zu deb und flat pack wenig zu app image und snap was ich jetzt so rauslese auch rpm ist dabei wenn man open source natürlich liest oder nutzt beispielsweise und tatsächlich auch häufig wirklich noch die traditionellen paket quellen also die eb rpm und so weiter genau also von daher das ist so der favorit von den nutzern habt ihr einen favoriten beziehungsweise wie wie handhabt ihr das wenn ihr auswählt okay in was verwende ich jetzt die anwendung mich ja du hast schon halb den mund geöffnet ja also ich habe es mir angewöhnt so ein bisschen diese pop os philosophie zu fahren da hat man ja die möglichkeit aus der paketen zu wählen oder auch aus flat paketen grundsätzlich gucke ich eigentlich immer nach deb paketen oder nach den debian paketen und wenn mir das zu alt ist nehme ich ein flat pack ähnlich habe ich es dann irgendwann mal auch auf servern ausgerollt da läuft ja bei mir eigentlich in der regel debian und da nehme ich auch die software in container da sind es aber docker container würde jetzt aber den kontext sprengen also deb flat pack snap mag ich nicht ja bei mir ist es geht auch in die richtung also ich habe verschiedene systeme debian ubuntu linux mint linux mint ist ja sowieso snap frei und bei meinem ubuntu was ich ja benutze habe ich es auch deaktiviert also da ist auch kein snap mehr drin von daher habe ich eigentlich die pakete die bei der distribution mitgeliefert werden und die auch aktualisiert werden durch das team von der jeweiligen distribution das ist bei mir erste priorität wenn ich denn spezial anwendungen habe also bei mir ist das avi demux ein einfaches programm um filme zu schneiden das gibt es glaube ich so nicht als debian paket von daher nehme ich da ein app image da ist es mir eigentlich auch egal ob ich das ob das von vor einem jahr ist ob das regelmäßig aktualisiert wird es erfüllt seinen zweck an der stelle anderes was ich benutze ist open r a diese echtzeitstrategie engine für die command und conquer teile dass das andere image was ich habe das sind eigentlich bloß zwei die ich verwende bei anderen sachen bei ja im ubuntu system da habe ich ein ppa noch für kdn live und für obs drin das pflegen andere direkt aus dem jeweiligen projekt die pakete das kommt jetzt nicht von ubuntu debian und co ja genau und das ist für mich so dass und flat pack höchst selten also habe ich jetzt direkt bis auf gestern mit den spielen nicht wirklich eine anwendung für okay ja also bei mir ist es ähnlich so ich nutze hauptsächlich versuche ich vieles auf die eb paketen also ganz normal aus der handlungsverwaltung zu installieren aber sobald ich merke dass das deb paket mir nicht so gefällt oder ich der anwendung weniger trauer beispielsweise sei es spotify das ja auch proprietär ist oder ich brauche eben eine aktuelle version dann steige ich aufs flat pack um und das sind bei mir schon relativ viele flat packs die bei mir drauf installiert sind ich gehe mal davon aus dass ich schon 10 15 flat packs drauf habe also schon ordentlich eine menge und tatsächlich verbraucht die auch wieder relativ viel speicherplatz weil man sagte eigentlich haben es gibt drei verschiedene flat pack libraries runtime libraries einmal die kde runtime library die free desktop runtime library die braucht kein gtk oder cute oder sowas und dann geht es noch mal die gtk gnome library besser gesagt das sind so diese drei run times wenn man so möchte also die drei basis container braucht eben flat braucht ein flat pack zu laufen also eines von denen meistens und genau aber da gibt es in so vielen verschiedenen versionen und so weiter dass du auch wieder eine versions hölle hast und das da tatsächlich eigentlich schon mehr drauf ist als du nicht denkst also als du eigentlich vermutest das ist ein bisschen schade aber gut dafür läuft auch wirklich alles und zwar auch auf jeder distribution so das hat natürlich auch sein vorteil generell snap habe ich einmal glaube ich oder zweimal also ich bin nicht komplett snap verschlossen aber ich nutze snap sehr sehr selten aber wofür ich es nutze ist flatter das ist ein ein framework zum programmieren von grafischen anwendungen und das wird hauptsächlich auf snap ausgeliefert zum entwickeln man kann das auch selber bauen und so und sich das selber integrieren aber ja snap ist da doch schon wesentlich einfacher von daher habe ich das dafür und ich glaube das wäre es bei mir auch schon mal ich schaue mal hier nach ob ich da noch was habe snap list also ganz viele so sachen flatter element desktop anscheinend gerade das nutze ich aber nicht das habe ich zum ausprobieren genutzt und cube ctl das ist zum führen für kubernetes so ein bisschen zum üben beziehungsweise dafür nutze ich das momentan aber das war's ansonsten ist aber auch schon ultra viel freundlich also ganz viele kurs und so weiter das heißt diese neuen paketformate beim als nur mal flatback und snap betrachten die verbrauchen schon extrem viel speicherplatz zusätzlich app image hat von euch keiner so richtig bis jetzt genannt dass du das sehr sehr gerne nutzt oder also mit der formulierung sehr gerne eigentlich nicht ist es in notlage ja wenn es das nun nicht anders gibt okay gut gibt mir ein app image ja genau ist bei mir genauso also als app image nutze ich meine ich card in life sogar momentan und das nextcloud app image das war es aber auch schon wieder ich finde es natürlich in der in sich ein bisschen ein bisschen schade dass da app image gar nicht so richtig zusammenkommt aber das blöde ist halt eben dass es mit den updates immer noch nicht so richtig offiziell geregelt wurde ich habe das gefühl app image hat keine jedenfalls nicht so richtig offenbare führung jetzt beispielsweise flat pack da hast du das flat pack.org und da ist auch wirklich eine gute organisation dahinter finde ich bei app image faste da kann keine so richtige offizielle stelle natürlich da gibt es auch so eine seite aber die geben da auch gar nicht so viel vor und das ist ein bisschen schade und da gibt es auch soweit ich weiß noch nichts offizielles zum updaten von app images natürlich gibt es glaube ich so ein app image updater und verschiedene versuchen das zu implementieren beispielsweise auch open desktop.org meine ich die haben da ist auch so eine abspaltung aber so richtig funktioniert das noch nicht mit apple mensch oder seid ihr da andere meinung das was ich mal genutzt habe an app images da gab es irgendwie mal war das der app image launcher der das sogar ins system integriert hat dass man das im normalen programm launcher hatte war ganz gut aber der hat auch nicht die updates mitgemacht also der hat das war schön ins system integriert aber ich glaube nicht geupdatet das musste man noch händisch machen und wenn man die dann neuere version gestartet hat hat er die genauso integriert also da ist noch ein bisschen nachholbedarf also da muss man sehr sehr viel selber ja aufräumarbeit leisten bei app images ich finde auch app image ist so ein so noch so der wilde westen unter den formaten da kann jeder machen was er will absolut tatsächlich das ist sehr schade finde ich oder hast du da eine andere meinung hauke oder mit dem d'accord also eine wirkliche meinung dazu habe ich nicht habe jetzt gerade eben mal geguckt also hier diesen app image launcher bin ich auch drauf gestoßen als ich nach app image habe gesucht habe also keine ahnung wie ich lade das dinge einmal runter und dann bin ich normalerweise zufrieden damit das sind auch keine sicherheitskritischen anwendungen oder so eben avidemux und open a da ist es mir eigentlich relativ wumpe wie alt das zeug ist und ja aber wäre natürlich praktisch wenn die diese diese seite hier haben dass es da vielleicht so ein automatisches update system gibt also vielleicht gibt es das aber ich weiß es einfach nicht also ich meine es gibt da irgendwann projekt habe ich mal gehört aber so richtig von offizieller seite kam das nicht das ist ein bisschen schade von daher würde ich sagen also wenn man jetzt zum thema zurückkommen snap flat pack und app image werden sie die alten formate setzen ich glaube wir gehen beide d'accord dass jedenfalls momentan app image das sind nicht machen wird also klar was ja sowieso ultra blöd ist dass du momentan wenn du ubuntu 2204 nutzt und ein app image laufen lassen willst dann musst du noch ein zusätzliches apt paket installieren dass das ding funktioniert und das ist irgendwie also ist dann auch wieder so die sache ja es soll überall funktionieren aber dann läuft es auf ubuntu 2204 nicht natürlich ich denke das hat vielleicht canonical auch so ein bisschen zu verantworten aber alleine dass ich app images ja auf die fahne schreiben ist egal welches linux du hast du sollte eigentlich laufen und dann siehst du okay du brauchst dann doch noch irgendwelche abhängigkeiten das macht meiner ansicht nach den gedanken von app image auch so lang erst mal gut ist in der hinsicht wenigstens ein bisschen kaputt ansonsten natürlich trotzdem ist es sehr sehr einfach einfach nur eine datei herunterzuladen ausführbar zu machen und zu starten du brauchst keinen manager in der hinsicht und so weiter ist vielleicht auch so ein bisschen die philosophie dahinter aber ich denke für einzelne programme ist es vielleicht sehr sehr gut auf ausgewählten distributionen auch aber auf jeden fall nicht für wirklich ich sag mal nicht mit dem potenzial wollen sie wahrscheinlich auch nicht die package manager zu ersetzen aber ubuntu ist sehr darauf erpicht bis also canonical dass sie snap ersetzen wollen apt immer weiter verdrängen wollen und ja es kommt immer weiter snap in den in den einzug und ich könnte mir vorstellen dass ubuntu langfristig auch in die richtung geht wo beispielsweise fedora mit silver blue schon sehr weit ist wenn ihr fedora silver blue nicht kennt fedora silver blue ist ein system was quasi quasi kein rpm mehr hat kein apt mehr also apt hat hatten sie so noch nicht aber quasi kein klassischen paket manager mehr hat sondern nur noch flat packs hat und du kannst da auch hauptsächlich nur noch flat packs installieren eine ausnahme gibt es bei nvidia treibern die kannst du trotzdem noch irgendwie installieren über rpm os tree heißt das ich blick da auch noch nicht so ganz zu 100 prozent durch aber sobald die treiber eigentlich installiert sind die meisten treiber sind sowieso im linux könne drin nvidia hat da nochmal so seinen eigenen spaß aber wenn du ansonsten keine treiber installieren musst und wirklich nur diese programme installieren kannst über flat pack funktioniert das tatsächlich heute auch schon relativ gut hat das jemand von euch ausprobiert was haltet ihr von dem ansatz ausprobiert habe ich es nicht und wenn wenn es läuft warum nicht aber ich habe keine also ich kann kann es nicht beurteilen ob das ein guter ansatz ist wenn es daher so ein gesamtkonzept ist was im alltag auch wirklich rund läuft warum nicht sehr gut ja ja okay ja was sagst du mich ja ist da nicht zu holen ich habe den ansatz nicht so richtig mitbekommen weil ich ehrlich bin weil ich nebenbei den chat gelesen habe alles gut die frage war ja klar sind fedora silverblue also nur flat packs auf einer distribution und nichts anderes meinst du das funktioniert langfristig also da würde ich eher schon fast zu meinem fazit kommen ich glaube nicht dass das langfristig funktioniert weil für jede anwendung ein flat pack oder ein anderes desktop container image zu benutzen ist finde ich irgendwo ein bisschen verschwendung allein schon an an speicherplatz geht einfaches beispiel oben oben schott und kdn live zum beispiel beides video bearbeitungs- oder videoschnittprogramme brauchen ungefähr dieselben bibliotheken beides als flat pack installiert installiere ich mir die bibliotheken zweimal das macht man vielleicht mal mit zwei anwendungen aber alles darauf auszulegen also das sehe ich einfach nicht in zukunft kommen weil es einfach eine massive speicherplatz verschwendung ist außerdem finde ich abt oder die paket repositoris im allgemeinen immer noch die effizienteste und und am besten verbreitetste oder von der infrastruktur her am besten ausgebauteste möglichkeit pakete zu verteilen ich finde es aber gut dass es diese container lösung gibt wenn eben diese standard paket repositoris nicht die version oder das programm an sich anbieten dass man noch die möglichkeit hat aber wirklich ein reines system auf flat pack snap oder app image bin ich der meinung sehe ich nicht also in den nächsten jahren definitiv nicht wenn die das nicht in den griff kriegen dass sie sich bibliotheken teilen können nicht ja und eine frage dabei ist wer kümmert sich darum dass diese bibliotheken auch aktualisiert werden also dass da sicherheitskorrekturen einfließen ansonsten hast du noch mal ein paketsystem was neben dem eigentlich offiziell noch mal mitläuft ja und kümmert sich hoffentlich jemand drum oder auch nicht also bei vielen docker containern ist es ja eher schlecht die werden ja ziemlich stiefmütterlich behandelt und sicherheitsupdates gibt es wenn bloß sehr sehr selten und das ist halt problematisch also wir hatten ja einige sicherheitslücken dieses wie heißt das die diese java skript logging bibliothek java genau das haben halt sehr viele eingebaut und das nachher zu aktualisieren das ist ja nicht dass es einmal neu im system über apt eingespielt wird sondern jeder von diesen containern muss das denn hier wahrscheinlich auch noch mal selbst da einbauen und ein aktualisiertes image rausbringen und so wie ich hat aber auch docker reagiert auf dem docker hat da gab es immer diesen diesen punkt log4j lücke geschlossen ein paar wochen danach bei jedem container oder eben nicht oder eben nicht man wartet vergeblich noch heute drauf ja das ist ja leider bloß bloß eine problematische komponente also wo es ja wirklich sehr hohe wellen gab aber wir haben ja auch viele andere bibliotheken die durchaus sicherheitskritisch sind und die vom offiziellen projekt ja auch gepatcht werden und durch die paket maintainer von jeweiligen distribution auch aber bis das ins ob docker container drin landet im flat pack oder sonst irgendwo das ist mehr oder weniger glückssache weil du den also jeder muss seine also ganz fies ausgedrückt jeder fliegt fliegt seine eigene distribution mit allen abhängigkeiten und hat dafür noch mal zu sorgen dass das alles mitkommt und das ist doch irgendwie bekloppt absolut nachvollziehbar also ich muss sagen eine ein punkt ja sagen die zuschauer beispielsweise ja du kannst aber ja bibliotheken auch gemeinsam teilen das stimmt das funktioniert aber dafür muss die bibliothek dann jedes also müssen dann beide programme genau die gleiche bibliotheksversion verwenden ist natürlich am ende vielleicht auch genau das was man möchte aber es ist dann halt häufig so und das muss man auch sagen dass dann tatsächlich in den flat packs habe ich auch letztens eine support anfrage gehabt wo wir dann unter anderem auch gesehen haben ja wenn sie das programme startet über das terminal dann kommt da eine warnung hey diese plattform ist veraltet die dieses flat pack nutzt bitte kontaktiere deinen developer dass der das aktualisiert und da haben wir auch wieder das problem ich würde einfach mal sagen ich würde mal zum fazit kommen wir haben tatsächlich nur noch eine halbe minuten es vergeht so schnell die zeit ich würde sagen ich denke so ein ansatz wie silverblue den wir haben ich denke das funktioniert für eine ganz spezielle zielgruppe einfach für leute die nicht viel mit dem system machen wollen die einfach ein sozusagen so eine wirklich klassische eine workstation wo du quasi nicht unbedingt auf die krassen features von linux setzen musst wo du dann beispielsweise auch gerne mal ich sag mal selber wirklich dann dein dateisystem verändern möchtest oder verschiedene dateien in der administration anpassen willst das ist denke ich für solche leute geeignet die das wirklich nur rein als workstation nutzen oder wirklich auch gar nicht so viel mitmachen wollen ihre fünf sieben programme drin haben und dann auch nicht mehr machen müssen und das schöne ist dadurch dass du dann beispielsweise bei silverblue auch so genannte system images hast wo er dann immer hin und her wechselt beim neustart dass dein system auch extrem schlecht zu brechen ist auch vor allen dingen für die für die langlebigkeit hat ja beispielsweise android auch dieses a und b feature und das hat beispielsweise silverblue soweit ich weiß auch in gewisser weise etabliert und ich glaube das ist auf jeden fall eine idee und auch ein ganz neuer anwendungsfall womit man einfachen linux wirklich ohne probleme drauf speisen kann und wirklich für jahre lang ohne probleme das laufen lassen kann die andere frage ist das kann eigentlich apt auch schon sehr gut muss man sagen wenn man wirklich wenig apt pakete hat beispielsweise oder rpm pakete sei es egal ist egal welchen klassischen paket menschen wir verwenden dann wird das funktionieren ansonsten glaube ich dass ja apt rpm und so weiter vor allen dingen wenn du im serverbereich unterwegs bist und vor allen dingen wenn du etwas mehr mit einem linux machen willst auch langfristig weiter eine gute option bleiben werden wir überziehen zwar schon ein bisschen aber würdet ihr mit dem fazit zu gehen oder würdet ihr da noch etwas ergänzen oder widersprechen klingt eigentlich erstmal ganz gut hatte ich doch schon in meinem meine ausführung gerade schon fast mit vorweg genommen er genau super cool dann wären wir soweit durch und wir sehen uns gleich wieder in der auflösung der tux-tage umfragen mit lars gleich und ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder vielen dank euch dass ihr dabei wart bis dann und tschüss